Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial geht es wieder um Google Tabellen Skriptprogrammierung. Hier in diesem Tutorial zeige ich euch, wie das funktioniert mit Kopieren und Verschieben von Zellen. Das ist eigentlich relativ einfach und das machen wir gleich in der Skriptprogrammierung. Aber ich zeige euch trotzdem mal ganz kurz in der Tabelle selbst, wie das ja normalerweise gemacht wird. Und ich trage mal jetzt hier in Zelle A1 Kopieren rein und darunter meinetwegen Verschieben. So, normalerweise ist das so, man wählt erstmal die Zelle aus, kopiert die entweder mit STRG-C oder rechte Maustaste zum Beispiel und dann Kopieren und fügt die Zelle dann irgendwo ein. Sagen wir mal hier, ich möchte das hier hin kopieren und jetzt mit der rechten Maustaste gehe ich rein und sage entweder Einfügen oder eben mit STRG-V und dann wird das eingefügt. Das ist ja eine Kopie. Beim Verschieben ist das ähnlich, also zumindest wird erstmal die Zelle ausgewählt. Das mache ich, ich wähle mir diese Zelle aus und kann jetzt zum Beispiel mit der rechten Maustaste entweder so machen, dass ich sage Ausschneiden oder mit STRG-X geht das genauso. Das wird ausgeschnitten und ich möchte das zum Beispiel hier einfügen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit STRG-V das einfüge oder mit der rechten Maustaste und Einfügen wähle, dann wird der Eintrag sozusagen hier ausgeschnitten und hier wieder eingefügt. Natürlich, ja klar, das hört sich jetzt komisch an. Ausschneiden oder Verschieben ist für mich jetzt, sagen wir mal hier im Prinzip das Gleiche. Und ihr seht, ihr könnt natürlich das Ganze wirklich verschieben, indem ihr hier mit der Hand draufklickt an den Rand und dann könnt ihr das hier so hinschieben. Aber eigentlich ist es nichts anderes wie ein Kopieren hier rein und dann das Löschen von dieser Zelle. Theoretisch könnte man das Ganze sogar nur mit der Kopier-Variante machen. Allerdings braucht man dann zwei Befehle einmal zum Kopieren und vom Löschen und bei MoveTo hat man sozusagen ja dann eigentlich beides in einem Befehl. So, ich lösche das mal ganz kurz und dann gehen wir mal in den Script Editor und das geht, kennt ihr ja aus den anderen Tutorials, die ich schon hochgeladen habe, über Tools und dann Script Editor. Ich habe das bereits aufgerufen und ich kann jetzt immer hin und her springen über die Steuerungs- und Tab-Taste. Das heißt, wenn ich hier einmal die Steuerungs- und Tab-Taste drücke, dann bin ich hier auch in meinem Script Editor. Was ich zuerst machen muss, ist natürlich, wenn ich etwas kopieren will, ich brauche natürlich wieder das aktuelle Tabellendokument und das aktuelle Tabellenblatt oder das aktive Tabellenblatt. Und damit ich nicht jedes Mal diese langen Zeilen mit Spreadsheet App, GetActiveSheet schreiben muss, packe ich das alles in eine Variable und die deklariere ich erst mal. Das heißt, war ist sozusagen ja dafür da, um eine Variable zu deklarieren. Ich nenne die SS und die beinhaltet jetzt gleich das, was nach dem Gleichheitszeichen steht und zwar ist das mein Spreadsheet App. Aber das Coole ist, ihr seht, jetzt muss ich alles hinschreiben. Wenn ich nach dem Gleichheitszeichen die Steuerungstaste drücke und das Leerzeichen bekomme ich hier eine Riesenauswahl und sobald ich zum Beispiel nur SP eingebe, dann bleibt von der Auswahl nicht mehr viel übrig. Ich drücke Enter und da steht schon mein Spreadsheet App. Ich gebe einen Punkt ein und will natürlich jetzt mein aktives Tabellendokument haben, weil das ist ja nur das Tabellendokument sozusagen. Also gebe ich nur GetActive ein und dann GetActiveSheet wähle ich mir entweder aus oder schreibe das halt bis zum Schluss. So, jetzt habe ich hier sozusagen in der Variable SS mein Tabellendokument mit dem aktiven Tabellenblatt. Und drücke einfach mal nur ein Semikolon da rein, also besser gesagt ich schreibe das da hin und drücke das nicht rein. Und was ich jetzt machen will, also ich habe ja jetzt im Prinzip nichts weiter gemacht als in dieser Variable sozusagen eben mein aktives Tabellenblatt reingesetzt. Und was ich will, ich will ja auf einen Bereich erstmal zugreifen und das mache ich indem ich jetzt zum Beispiel SS eingebe und dann Punkt und ich muss ja auf etwas zugreifen, also auf einen Bereich und den ich ja gleich kopieren will. Das heißt, ich gebe ein GetRange und Klammer auf und jetzt kann ich zum Beispiel in Anführungszeichen eintragen, ja die Zelle, wo ich jetzt etwas rauskopieren will. Also in Anführungszeichen schreibe ich jetzt zum Beispiel A1 rein, weil ich will das ja sozusagen das, was ich kopieren will. Wir hatten ja Kopieren reingeschrieben und deswegen wollen wir das natürlich benutzen, um das auch zu kopieren. Also wie gesagt, in Anführungszeichen die Zelle, A1, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, dann zeige ich das, A1, hier, das hier, diese Zelle wird jetzt sozusagen ausgewählt. Und was will ich? Also erstmal Klammer wieder zu, dann einen Punkt gesetzt und dann bekomme ich wieder eine große Auswahl und ich will etwas kopieren. Also gebe ich ein Copy und zwar zu. Ich will ja etwas wohin kopieren, also Copy to, zack und dann seht ihr, bleibt nicht mehr viel übrig. Und was ich jetzt zum Beispiel will, ist, ich wähle mir das wie gesagt aus hier, klack und die Destination ist ja sozusagen wieder das Tabellenblatt, das aktive Tabellenblatt und dann halt wieder eine bestimmte Zelle. Also gebe ich wieder ein, zum Beispiel SS.getRange, Klammer auf und innerhalb dieser Klammern gebe ich sozusagen jetzt die Zelle ein, wo ich das hin kopieren will. Das heißt, ich gehe nochmal zurück und sagen wir mal, ich will das jetzt hier in Zelle D5 zum Beispiel haben. Also schreibe ich jetzt hier in den Klammern in Anführungszeichen halt D5 rein. Wichtig ist ganz zum Schluss natürlich ein Semikolon zu setzen und ja, das war es schon, zumindest für das Kopieren. Also wir gehen auf den Bereich A1, kopieren diese Zelle sozusagen den Inhalt komplett in die Zelle D5. Kopieren übrigens. So, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, das heißt, ich will erstmal checken, ob ich hier einen Fehler drin habe. Das ist ja auch relativ schnell gemacht. Das Ganze muss gespeichert werden. Normale Abfrage. Dann Namen eingeben. Könnt ihr natürlich machen. Ich mache das jetzt einfach nur mit OK. Und jetzt starten wir das Ganze, also ausgeführt, wo es gespeichert wurde das. Ich check das mal, ob ein Fehler drin ist. Scheint zu funktionieren. Soweit zumindest. Berechtigung ist erforderlich, weil wir haben ja jetzt ein Skript geschrieben. Wir müssen natürlich erstmal autorisieren, dass das gemacht werden soll. Klack, ich will das zulassen. Blablabla, diese ganze Geschichte ist natürlich nicht unwichtig, ohne Frage. Und ja, hat anscheinend funktioniert. Fehlerlos. Aber wir wollen ja auch sehen, ob das stimmt. Das heißt, mit STRG und TAB gehe ich wieder zurück. Und ihr seht, hier steht jetzt kopieren. Lösche ich das wieder raus, zum Beispiel. Und gehe nochmal zurück und führe das nochmal aus. Zack. Gehe wieder zurück. Dann seht ihr, hier ist das. Das wurde hier rüber kopiert. Das Gleiche machen wir jetzt mit dem Verschieben. Und achtet darauf, momentan ist ja in Zelle A2 sozusagen etwas drin. Und wir werden jetzt einfach nur die Funktion überschreiben. Statt CopyTo schreiben wir jetzt einfach nur MoveTo. Das heißt, ich lösche das mal ganz kurz hier. Zack. Hätten wir eigentlich auch lassen können. Das wurde eh überschrieben dann. Wir gehen wieder zurück. Und statt CopyTo schreibe ich hier einfach nur MoveTo. Zack. Das war's. Ich führe das aus. Aber falsch. Diesmal ist es ja A2. Wir wollten ja A2 sozusagen verschieben. Haben wir auch dahin geschrieben. So. Von A2. Das soll auch meinetwegen in die Zelle D5. Das Gleiche wie vorher ist ja egal. Und wenn ich das jetzt starte. Zack. Schauen wir uns mal an, was passiert. Soweit fehlerfrei. Wir gehen zurück. Und ihr seht, hier ist der Eintrag weg und wurde hierhin verschoben. Wie ihr gesehen habt, eigentlich relativ simpel diese Funktion zum Kopieren oder Verschieben zu benutzen. Wie gesagt, das war ein relativ kurzes Tutorial eigentlich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, so gut wie möglich dann darauf zu antworten. Aber ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere mit dem Tutorial was anfangen konnte. Ja, und freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wiedersehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020